Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum heutigen schnellen Tipp, der lautet, macht dir keinen Stress, deinen Hund auszulasten. Viele haben den Glaubenssatz, ich muss mindestens anderthalb bis zwei Stunden am Tag rausgehen, um meinen Hund ordentlich auszulasten. Viele wissen aber nicht, dass ein Hund 17 bis 20 Stunden am Tag Ruhe und Schlaf braucht. Und das haben die wenigsten Hunde. Was ist die Folge, wenn dein Hund sehr aufgedreht ist, dass die meisten sagen, okay, da muss noch mehr ausgelastet werden. Probier es doch aber mal damit, deinem Hund mehr Entspannung und Ruhe zu gönnen. Wenn wir unseren Hund ständig mit Sachen überfordern, ständig neuen Reizen aussetzen, ständig ihn auslasten wollen, dann erziehen wir uns einen kleinen Adrenalinschanky. Denn er findet niemals Ruhe und hat niemals Zeit, alle Sachen zu verarbeiten. Deswegen überleg mal, wie viel Auslastung braucht dein Hund wirklich und wie viel Entspannung braucht vielleicht dein Hund. Oft ist das schon eine Lösung für sehr überdrehte Hunde, wenn man ihnen einfach mal Zwangsruhe gibt und nicht jeden Tag zwei Stunden volle Kanne mit den Äckchen macht. Macht's gut, ihr Lieben!